Was ist das? Ja! Was? Ja! Ich hab' vielleicht vorher mal gucken, bevor ich sowas platziere. So lange es keine Harpien sind, ist alles okay. Das war ein Ballerturm. Oh, hier we go again. Halt! 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 Ja, werde ich ihn auf jeden Fall später da nehmen. Ich war noch ein Stück weg. Energie müssen wir doch bald haben. Die Steinmetz habe ich immer noch nicht gebaut, oder? Wo sind denn die? Ah, gefunden! Und zapp! Das war schon fast. Und dann ist sie mit der Troph. Und dann ist sie mit der Troph. Was ihr wollt? Ein neues Tag! Das war's für heute. Für einen Müll kann man wirklich nur reparieren. Du wirst mich für das bezahlen, oder? Die Wände sind unter Attacken. Unsere Gebäude sind unter Attacken. Was willst du jetzt? Entschuldigung, Gebäude ist fertig. Der Sniper ist bereit. Der Sniper ist bereit. Ich könnte noch ein paar mehr brauchen. Ich brauche mehr Arbeit und mehr Gold. Und mehr Essen. Ich kriege jetzt aus 95, ich meine. Entschuldigung, Gebäude ist fertig. Warum? Ich bin sicher. Es ist gut. Ich bin wieder. Ich bin wieder! Ich bin wieder. Ich bin wieder. Oh, ich hab grad so viel Spaß wieder im Spiel. Eine neue Aufgabe. Was? Roger das! Der Sniper ist bereit. Sind es noch andere Umstände, um zu beschäftigen? Was? Ich hoffe, du wirst nicht meine Zeit verbrauchen. Sind es noch andere Umstände, um zu beschäftigen? Das hol ich mir. Okay, da ging es eh nicht. Wenn ich jetzt den Strom hab, hab ich doch genug, hoffentlich, oder? Ja, dann müsst ihr alles haben. Kann ich hier oben hinbauen? In dem Bereich hier? Das geht bloß auch den, ne? Ich hab grad schon sagen, hab ich das war. Ah, 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 ah. Ja, endlich. Was? Die letzte Nacht traf ich immer wieder an der Omen. Es ist ein schönes Tag, um zu sterben. Meine Stadt ist allerdings noch zu wenig. Oh, ein großer Steinbruch. Der Sniper ist bereit. Sie versuchen, durchzuhören. Sie sind in der Kolonier-Defensur. Sie sind aggressiv, würde ich fast sagen. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Steinhäuser wären vielleicht nicht schlecht oder das Bankwesen? Ich glaube, ich brauche Steinhäuser. Es ist besser, dass es gut ist. Warten wir mal kurz, bis sie fertig ist. Warten wir mal kurz, bis sie fertig ist. Aber ich glaube, ich muss auf andere Sachen erst mal gehen. Vielleicht später. Ich muss erst mal nach oben wachsen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin bereit. Der Sniper ist bereit. Das Mangel an Arbeitern geht es mal wieder nicht. Was da nicht erwischt, den wird erwischt. Geht mal raus. Die Unen sind unter Gefahr. Die Stimme sind unter Gefahr. Es mag eine starke Stadt sein, aber wir haben starke Scharfschützen. Ein starkes Stück sage ich dazu. Stimmt, ihr wartet nicht auf die Gefahr. Was? Endlich Steinhäuser. Ich hasse es, wenn die so einen Scheiß machen. Was macht ihr denn? Ich... ... 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 er nach oben was soll denn der scheiß man zum leid das macht mich grad aggressiv nein das lauft da rein so bleibt der tote war unnötig vom süden da war blöde und unnütz und mehr nicht das kraftwerk aber noch genug um hier unten einen wald zu bauen ja das ist perfekt ich kann jetzt vor allem auch nicht mehr wegziehen hier manchmal ich möchte die einfach nur nehmen und schütteln es ist die frage 160 das ist ein echt guter fang für dich wenn ich dann denke so ein ding bringt was 40 ich habe halt eh genug energie ich würde sagen wir machen nur noch den einen einkriff hier und dann reicht es ja bitte die kraftwerke kann ich wenig überall hinstellen da kann ich auch immer rein zum stellen wenn ich aber noch ein bisschen was brauchen um das zu schaffen aber ich hoffe daran komprimär die hier an weg getoßet da habe ich gerade wenig sorgen da sind überall dazwischen ach die können da drüber schießen dann kommen auf die wachwirkung aber die scheinen auch überhaupt kein problem zu sein das juckt hier keinen in irgendeiner weise wie es aussieht die kriegen gerade auch nicht auf die fresse die kriegen gerade auch nicht auf die fresse die bank wäre vielleicht langsam angebracht was ja das kommt merkt man den unterschied was so ein lucifer ausmacht oder wir ziehen gerade was großes an glaube ich die bank mutanten sind nicht immer sind nicht immun und dies ist das ergebnis wenn sie infiziert werden eine bestie so stark wie das original aber in der lage andere infizierte anzuführen ok 30 angriff da geht eigentlich der angriff das ist alles was da drauf hat ok da wissen wir das wenigstens das ist aber gar nicht nett auch mit euch hat der mutat hat der verserker das jetzt gemacht der mutat hat der mutat ist aber ganz schön schnell weg gemacht wenn ich bin das war noch ein veteran das war noch ein veteran das war noch ein veteran die mutat protzer die mutat gehen also die giganten machen mit der mehr schiss so das da habe ich eigentlich alles was ich brauche das haue 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 Mehr Gold schadet natürlich nicht. Also, merken wir uns, die Berserker lohnt sich eigentlich, äh, die Mutanten lohnt sich nicht wirklich. Hat man jetzt ganz gut gesehen. 2000 Leben, schön und gut. Ich hätte vielleicht mal auf die Selbstleidungsrate schauen sollen. Ach, wisst ihr was, den nehmen wir einfach mal. Ich kann nicht aufhören, du wirst ja. So, wenn die Bank gleich fertig ist, dann müsste mein Einkommen auf jeden Fall erst mal steigen. Okay. 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 mal ab wie die welle auszieht die sollte mir ganz gut weg kriegen glaube ich ich will sie einfach vernichten was hier alles kommt was ist was sind das für städte hier das hört nicht auf stein machen traurig trotzdem zur not muss ich die endverteidigung halt mit scharfschützen machen wenn es so nicht geht aber ich komme halt echt nicht vom fleck habe ich das gefühl doch das nochmal an wer als schießen können die jetzt auch nicht und ich habe nicht das gefühl dass es demnächst ein bisschen abnimmt hier aber jetzt eigentlich die technologie von schocktum ich weiß das gar nicht ich kann zwar versuchen ich kann jetzt einfach nur ein haufen weiße geld zu sammeln Grammar Abonniert das waveform das nicht das aber Er füllt natürlich den Preis für so ein Haus um einiges. Fast 400. Aber so geht es vorwärts. Andererseits sind das zwei große Stadtteile, das ist gar kein Wunder, das hier alles verseucht ist. Wie viel sind wir? Erfunden werde ich sie schon. Das ist jetzt mit richtigem Trigger. Na, schönen Dank auch. Wie viel schafft ihr, wie soll ich denn da einsetzen? Reichen 4000? Könnte noch zu wenig sein. Oh, ein großer Steinbruch. Oh, das ist besser. Ähm. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass ich die Schocktürme auch erforscht habe. Na, ist dir auch egal. Ich bin er... Die zeigen es mir. Aber richtig. Hm. Könnte ich eigentlich warten. Das ist so gestört. Das ist ja auch wirklich mal sehr wichtig, muss ich sagen. Das ist nur eine... Das ist eine Stadt. Da sind drei Stadtteilen. Ich sehe nur eine Chance das zu schaffen. Also entweder nicht Opfereinheiten... Oh, die müssen drecken. Wahnsinnsangriff machen eigentlich. Schade, würde ich gerne reparieren jetzt. Ich glaube, wir haben sie leer gesaugt. Das ist der einzige Grund, warum wir es gerade schaffen. Oh, die schießen schon drauf. Gut. 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 Jetzt habe ich nicht mehr genug Gold. Jetzt ist das Ziel bitte. Der sollt jetzt schnell fertig werden. Mich richtig schnell. Das ist besser als gut. Das ist besser als gut. Vielleicht kriege ich die ja noch schnell fertig. Äh, was? Das ist natürlich jetzt schrott. Schön, dann läuft's da oben endlich mal. Machen Sie unten weiter. Ernsthaft? Ihr verarscht mich doch. Ich fühle mich gerade so richtig, richtig verarscht. Ja, ich fühle mich gerade so richtig, richtig? Ja, ich fühle mich gerade so richtig, richtig verarscht. Oh! Ja, ich fühle mich gerade so richtig, richtig verarscht. Oh, ich fühle mich gerade so richtig, richtig verarscht. Oh! ernsthaft ist so ein rot ich glaube der kraft war sehr geil und wird zum einstieg da ich mich so auf die stadt da oben fokussiert habe ja egal das war super die karte ich glaube ich muss nur so viel viel schneller werden weil ich glaube die entfälle wird hier noch richtig richtig heftig na egal das war letztlich sehr bin ich wollte ich habe wahrscheinlich eigentlich sagt schau mit wichtigen tv vielleicht die schlafen gehen bei leute